Ich bitte um Verständnis, dass es heute nur ein Statement geben wird und keine Fragen im Anschluss dazu. Es spricht Ministerpräsident Dr. Markus Söder. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schönen guten Tag. Ich habe heute als Ministerpräsident die Freien Wähler und natürlich auch Hubert Aiwanger zu einem Sonderkoalitionsausschuss einbestellt. Ich und wir wollten uns ein Bild machen, ein eigenes Bild machen und einen persönlichen Eindruck gewinnen über die Debatte der letzten Tage. Klar ist, das Hetz-Flugblatt ist ekelhaft, widerlich. Es ist übelster Nazi-Jargon. So wie das Flugblatt auch geschrieben ist, merkt man, dass da auch eine ganz andere Energie dahinter steckt. Das ist nicht nur ein dummer Jungenstreich oder eine bloße Jugendsünde. Daher sind die Vorwürfe, die dort in dem Raum standen, natürlich schwer. Und sie wiegen auch schwer. Allein der Verdacht beschädigt das Ansehen Bayerns und natürlich auch die versöhnliche Glaubwürdigkeit des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger. Daher darf am Ende einer Debatte kein Restzweifel bleiben. Es darf keine Hängepartie werden. Es muss rasch geklärt werden. Es gibt keinen Platz für Antisemitismus in der bayerischen Staatsregierung. Und es ist wichtig, dass Staatsregierung und auch ein Wirtschaftsminister dann wieder handlungsfähig sind. Als Ministerpräsident trage ich die Verantwortung, vernünftig zu entscheiden. Das heißt, ein solches Sachverhalt fair, objektiv, seriös zu bewerten und am Ende abzuwägen. Hier geht es nicht um Vorverurteilung oder gar ein Übermaß. Klar ist aber auch, es muss geklärt werden und es muss eine klare Distanzierung von dem, verzeihen Sie es bitte, Dreck erfolgen. Die Recherchen der Süddeutschen Zeitung allein reichen nicht aus. Die sind bislang nur anonyme Quellen. Keine weiteren Belege. Daher ist es wichtig, um diese Verdachtsmomente auszuräumen und jeden Verdacht zweifelsfrei zu zerstreuen, Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Wir haben heute Ubert Aiwanger gehört. Wir haben ihn befragt. Die heutigen Aussagen reichen aber nicht aus. Definitiv nicht aus für eine abschließende Bewertung und Klärung. Denn es blieben und bleiben viele Fragen offen. Gerade weil in den letzten Tagen es immer wieder widersprüchliche Details in der Öffentlichkeit gab und jeden Tag sich die Sache und die Sachlage etwas anders entwickelt hat, haben sich daraus noch mehr Fragen ergeben. Da haben wir uns klar darauf festgelegt, dass wir eine schriftliche Beantwortung möchten von Fragen. Wir werden 25 Fragen, die wir zusammenstellen, an Hubert Aiwanger zur Beantwortung geben. Er selbst hat zugesagt, diese Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantworten zu wollen. Dies ist wichtig für den weiteren Fortgang, für die Glaubwürdigkeit, auch für mögliche Debatten im Bayerischen Landtag, die erdenkbar sind. Und Hubert Aiwanger ist auch bereit, wenn noch vorhandene Schulakten da sind, die zu öffnen und damit auch für maximale Transparenz zu sorgen. Ich finde, es ist einfach wichtig, auch mit solch einer Beantwortung rein in den Tisch zu machen, Klarheit für alle zu schaffen, damit man dann hoffentlich vernünftig weiterarbeiten kann. Bis zur abschließenden Klärung, solange kein neuer Beweis vorliegt oder bisher gesagt ist, komplett widerlegt werden kann, wäre eine Entlassung aus dem Amt eines Staatsministers ein Übermaß. Im Übrigen muss man auch bedenken, die Sache ist tatsächlich über 30 Jahre her und er hat sich jedenfalls heute sehr klar davon distanziert. Ich sage aber auch, es ist jetzt kein Freispruch oder Freibrief. Viele Menschen sind zutiefst empört und verunsichert und haben diese Fragen so wie wir auch. Das heißt, es darf jetzt auch nichts mehr dazukommen. Schon jetzt ist in der Tat der Schaden für den Ruf von Bayern hoch und auch der persönlichen Glaubwürdigkeit. Ich möchte aber auch allen sagen, die darüber spekulieren, die Zusammenarbeit mit den Freien wählen und als Ganzes hat sich bewährt. Sie ist gut und wir wollen sie auch fortsetzen. Es gibt auch keinen Anlass, etwas daran an dieser Zusammenarbeit zu ändern. Koalitionen hängen übrigens auch nicht an einer einzigen Person. Das geht mit oder ohne eine Person im Staatsamt ganz genauso. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ärgerlich, dass wir uns jetzt genau in dieser Phase, auch zu diesem Zeitpunkt, mit diesen Themen beschäftigen müssen. Aber Dinge, die da sind, müssen geklärt werden. Und als Ministerpräsident, es ist meine Aufgabe, zusammenzuhalten, das Gefühl und Verständnis vieler aufzunehmen, aber wie in der Tat, seriös abzuwägen und dann am Ende zu entscheiden. Jetzt warten wir auf die Antwort und werden dann und können dann eine entsprechend abschließende Bewertung vornehmen. Der Ball und die Möglichkeit zur Klärung dieser Frage, der Ball liegt wieder bei den Freien Wählern Hubert Aiwanger. Und wir hoffen sehr, dass wir am Ende danach schlauer als heute sind und warten die weitere Entwicklung ab. Für den heutigen Tag, wie gesagt, 25 Fragen an Hubert Aiwanger. Und wir hoffen sehr auf eine rasche, das wurde uns zugesagt, auf eine rasche und umfangreiche Beantwortung dieser Fragen, die für viele Menschen, aber übrigens auch für meine Partei und für mich ganz persönlich von entscheidender Bedeutung sind. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank und danke für Ihr Interesse. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.